Da sind wir wieder bei den Schlümpfen. Hier haben wir die Bloodpest vor uns, die wir jetzt zerstören müssen. Arena kommen. 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 Da geht's weiter. Was übersehen haben wir nicht. Ne, okay, okay, okay. Und hopp. Nein. Nein. Ich stelle mich ja gerade wieder selten dämlich an. Hier. Und hopp. Look. Okay. Auf tschalt. Okay. Mike. Kein Grund zur Panik. Ich bin zwar allein, aber ich darf nicht vergessen, ich bin immer noch Hefti. Das weiß jeder Schlumpf. Hefti ist der stärkste Schlumpf. Die Blattpest könnte zwar versuchen, sich zu wehren, aber ich werde ihr zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Die Blattpest könnte zwar nicht sein, aber ich werde ihn nicht verletzen, aber ich werde ihn nicht verletzen, aber ich werde ihn nicht verletzen. Die Blattpest kann ich auch jetzt aus ailesen, aber ich werde ihn nicht verletzen, aber ich werde ihn nicht verletzen. So, noch mehr? Oder wo ist das? Und hopp! Alle hopp! Okay, ich muss also irgendwie... Jetzt nach rechts! Zählt trotzdem, oder? Alle hopp! Sehr gut! Hm, das hat ihr nicht so geschmeckt! Und hopp! Hopp hopp! Und hopp! Was für ein Durcheinander! Alles ist Schlumpf und drunter! Sogar die Bloodpest hat hier freie Bahn! Oder Gargamel hasst Hausarbeit! Und hopp! Ich weiß, dass du hier bist, du famelle Deiter Schlumpf! Ich will träumen, wenn du denkst, du kannst die Bloodpest vernichten! Hier wird noch Hören und Sehen vergehen, wenn die Pestlinge dich erst erwischen! Oh nein! Das hat mir gerade noch gefehlt! Oh nein! 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 Sehr gut. Nicht zu fassen, bei Azraels Schnurraren, ich komme nicht durch die Wurzeln durch. Ha ha ha, dieser Trottel Gargamel wurde von den Wurzeln geschlupft. Endlich eine Verschnaufpause. Aktuell kommen wir hier wohl nicht durch, würde ich sagen. Okay, tschüss. Puh, das ist ja das reinste Labyrinth hier. Gar nicht unfair. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Wo bin ich? Oh, genau. Das war ja mal richtig ekelhaft. Hm. Hmm... Alle, hopp! Oh, Tom! 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 Okay, ich hatte das dumm viel viel. Wir müssen mitbewaffnungen dadurch. Oh, Tom! Oh, Tom! Oh, Tom! Äh, wo war das Ding? Noch ein Herz! Eieiei! Hopp, hopp, hopp! Oh, Tom! Oh, Tom! Oh, Tom! Oh, Tom! Oh, Tom! Das war's für heute. Das war's für heute. Komm her, komm her. 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 Ach so, da komme ich noch gar nicht ran. Ach du Scheiße. Ich bin zweifle ganz stark, dass ich das schaffe. Ja, geht schon gut los. Ich glaube, das lasse ich. Und wir machen an der Stelle nochmal ein Päuschen würde ich sagen. Spitze B danke mich. Bis dann.